Heute haben wir das Spezielles für Mama vorbereitet. So, eins, zwei und... Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mama. Happy Birthday to you. Danke schön. Danke vielmals, liebe Arda. Danke, 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 danke. Sehr gut, danke, Arda. Danke tausendmal, millionmal. Alles Gute zum Geburtstag. Jetzt kann ich noch gar nicht sein. Ja, ja. Und da ist Bock, du weißt, aber sie... Oh, Applaus. Bravo. Mama John, alles Liebe, alles Gute zum Geburtstag. Heute werden wir nicht im Restaurant feiern, weil Anna ist ein bisschen krank. Ich bin krank, ich bin krank. Ich bin krank. Ich wollte dich heute begrüßen, Mama John. Danke. Ich wünsche dir, dass Gott immer Amen sagte. Dass es immer alles aufgefallen ist. Dass es immer alles aufgefallen ist, Mama John. Danke. Du bist so ein святer Mensch. Es gibt so ein святer Mensch, wie du in diesem Weltall. Ich sage das nicht einfach, weil du meine Mutter. Es ist einfach, dass alle sagen und alle sehen. Du bist ein spezieller, spezieller Mensch. Ein Engel auf dieser Erde. Und ich bin sehr froh, dass der liebe Gott mir so eine liebe Mama geschenkt hat, wie dich. Und da habe ich Bock, dass deine Tränen sich in Glückstränen verwandeln. Meine Liebe. Meine Liebe. Meine Schlacht. Als erstes, jetzt weint die Mama, aber jetzt machen wir, dass die Mama lacht. Weil ich weiß, was sie zum Lachen bringt. Zum Lachen bringt sie. Das ist Freude. Von Anna und von mir. Und zum Lachen bringt... Albert, das ist Tränen von Freude. Anna, du gibst mir das. Ja, du gibst. Ja, ich. Tränen von Freude. Und heute Shabbat. Ich bete und bitte Gott, dass nächstes Jahr ein kleines Baby mit uns am Tisch zusammensetzt. Alles Gute zu Ihnen. Dankeschön, danke vielmals. Sehr, sehr lieb, danke. So, und? Tränen von Freude. Danke. Danke vielmals, liebe Anna. Wir wünschen dir. Ich bete und bitte Gott, dass nächstes Jahr wir zu dritt. Vier, fünf. Umso mehr, umso mehr. Amen. Gut. Aber auch da, Mama John, Diana und ich wünsche dir von ganzem Herzen viel, viel, viel Gesundheit. 120 Jahre Leben. Du bist unsere Rücken für Anna und für mich. Du bist unsere alles. Du bist unsere Nishamaa. Du bist unsere Seele. Danke. Wenn ich manchmal dich beleidige, dann entschuldige mich, Mama John. Ich auch. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich auch. Die Vanstrahl совmann kann das Gasem. Grat cùng. Wie heißt... Nr.